Put your pinky razor to the moon Girls, what you're trying to do Okay, wenn dir das mal machen Tim auch nochmal zurückkommt, ne? Hä? Wo? Ich hab Dings wenden sehen, ich hab Nils wenden sehen Ja Oh, Nils, ja, die Lights ging aus Nils, ich glaub, du sagst, dass deine Finger Und die Lights ging aus, ja, Nils Banani und Splasso sind vor mir beide rausgewendet Und jetzt geschuldet sind Spacer, 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 Spacer war ein Medbay Die Spacer waren Medbay, sind da grad reingelaufen Dann kam Nils aus dem Bench Darf ich kurz was sagen, darf ich kurz was sagen? Ja, okay, also wir haben die beiden Imposter Weil zwei Leute sind toteswilden Doublekill gewesen Und wenn zwei Leute aus Medbay auslaufen Es waren Banani und Splasso Die jetzt mich beschuldigen Ich glaub Nils, nämlich eher Lass mich doch erklären Was? Du glaubst Nils? Ja Oh mein Gott Ich wollte für Nils Das ist ein Doublekill und sie sind beide in Red Bay reingewendet Und dann muss man den Hörschensie-Button drücken Oh, ihr seid so kacke Guck mal, wie Nils sich jetzt zum Schluss aufgeregt hat Das traue ich Nils nicht zu, wenn der wirklich Imposter wäre Ja, Nils lacht eigentlich eher darüber Ja, safe die beiden sind Weil warum sollte man Guck mal, das Risiko eingehen Zu sagen, dass sie beide sind Wisst ihr? Weil man wird sich doch nicht mit zwei Leuten anlegen Oder sehe ich es falsch? Und wir ernst machen Kannst du mir nicht vorstellen Dass man sich mit zwei Leuten gleichzeitig anlegt Kann ich mir nicht vorstellen Ach man ey Wo? Die Leiche legt den Reaktoren Banani Ist mir entgegengekommen Ich war Upper Engine Bro Ich war nie Reaktor Herr Luca, wie bist du denn grad gelaufen? Also ich war erst Bin ich direkt runter zu Communication Hab da meinen Download gemacht Dann bin ich hoch zu Admin Hab da wieder meinen Upload gemacht Nee, gar nicht Ganz am Anfang hab ich noch Carving gemacht Weil ey, ist doch nicht Und dann bin ich zum Headbay Hab da Reagenz-Stars einmal kurz angekriegt Und dann bin ich Upper Engine Um da meinen Dings zu machen Dieses Joel, wo kam dir Luca entgegen? Der kam mir Upper Engine entgegen Also ist er in der Cafeteria gelaufen? Ja, ja, ist er Ja, dann ist es Luca Weil er ist von Admin von oben gekommen, meine ich Selbst wenn Nils es war Haben wir den 50-50 Und wir sollten Was? Hä? What the fuck? Warum bin ich jetzt? Ich meine nicht Ich bin von Electrical runter Zu Dings dann gelaufen Ich meine, du kamst aus Cafeteria Nicht von unten Hä? Wieso? Meinst du das oder bist du dir sicher? Ja, weiß Hä? Re-Talk? Hä? Hä? Seid ihr grad dumm? Wir müssen jetzt auf jeden Fall, ne? Oder Nils weiß Guck mal, als ob Nein, nein, nein Als ob Ich trau Nils nicht zu Dass er das Risiko eingeht Sich mit zwei Leuten einzulassen Und die zu beschuldigen Und Nils hat die beiden beschuldigt Das heißt entweder Nils, Charles Oder die beiden sind es Und wenn wir jetzt Bananien rauswarten Haben wir mindestens einen Sflazer, für wen hast du gevotet? Ich hab für Luca gevotet Hä? Guck mal Das wird doch überhaupt keine Sinnigkeit ergeben Wenn wir beide dann sind Und dann Hä? Seid ihr so? Luca kam auf jeden Fall von oben Ist doch so Luca ist doch Nicht von unten Laufen gekommen, oder? Digger, wisst ihr was was lustig ist? Nils und ich, Mann Die sind einfach beide gevendet Die sind einfach beide gevendet Ich war mir auf der Welt Luca nicht mehr so sicher Herr Wann, hast du das nicht mal mehr angemerkt oder so?